ja hallo freunde und willkommen in diesem video mit einem kleinen tipp für alle firefox benutzer vor allem für die sicherheitsbewussten vielleicht besonders und zwar will ich euch mal wieder eine versteckte einstellung oder funktion in den firefox browser hier zeigen etwas versteckt ist diese deshalb weil es sich noch so eine art testphase befindet standardmäßig ist diese auch deaktiviert wer möchte kann das aber natürlich schon aktivieren und testen es heißt https only modus und wieder name schon an lässt geht es darum dass die webseite nur noch über https bzw die datenübertragung nur noch verschlüsselt stattfindet ja also firefox wechselt automatisch auf https soweit die webseite das unterstützt natürlich ist das nicht der fall dann bekommen wir eine fehlermeldung dass die seite halt ja nicht geladen werden kann wer das schon aktivieren möchte wie gesagt der kann das über die erbaut konfig seite hier machen diese weiter oder experimentellen noch experimentelle einstellungen hier von firefox baut doppelpunkt konfig hier in dem die url zeile eingeben und enter hier die warnung beziehungsweise das risiko akzeptieren und fortfahren und hier in das suchfeld suchen wir einfach mal nach https in dem fall und schon haben wir hier unsere option ja das heißt hier dom.security https only mod standard einstellung hier ist voll also deaktiviert einfach mit einem doppelklick hier drauf aktivieren ja den wert hier auf zu ändern und schon ist das aktiviert vielleicht aber ich überlege gerade ich schließe das noch mal ja das ist jetzt der standard einstellung wir machen mal ganz schnell ein beispiel vielleicht das ist jetzt hier ganz ja hatte dps eine die datenübertragung ist halt sicher hier ist das eigen verbindung ist sicher wenn wir jetzt aber auf einer http seite beziehungsweise ja hier zugreifen http das wird uns angezeigt ja wir können auf der seite zugreifen wir werden hier nur gewahrt wir haben hier dieses ja unsicheres icon ja verbindung ist nicht sicher weil dieser nicht verschlüsselt ist ja der nachteil liegt hier auf der hand vom http das ist ja die daten werden also unverschlüsselt übertragen und werden für dritte ansehbar und genau also die kommunikation kann da hier über http nicht nur mit gelesen werden sondern auch manipuliert werden schlimmsten fall deswegen ja https immer verwenden vor allem wenn wir irgendwie formulare abschicken oder irgendwelche einkäufe tätigen bankgeschäfte was auch immer genau wenn wir jetzt unsere option hier zurück aktivieren about doppelpunkt konfig zack 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 https und security https only mode aktivieren ich glaube wir brauchen nicht mal einen neustart ich mache einen die fresh vielleicht einfach mal mal schauen ob das funktioniert wenn das funktioniert genau also wir bekommen jetzt hier wird ein https von ran angehängt hinzugefügt und allerdings in dem fall hier wenn die webseite das jetzt dieses https protokoll nicht überhaupt nicht unterstützt dann bekommen wir geben die fehler meldung dass die verbindung ja feld geschlagen ist und wir können da gar nicht mehr darauf zugreifen ja normalerweise es gibt auch fälle wo das jetzt funktionieren wurde ich habe jetzt aber kein beispiel jetzt auf der schnelle jedenfalls ja das war es auch alles was ich jetzt euch zeigen wollte ich hoffe dass es zumindest für den einen oder anderen hilfreich ist abonnieren nicht vergessen wenn ihr fragen oder anregungen habt einfach ein kommentar hinterlassen über ein like freue ich mich natürlich auch danke fürs zuschauen und bis zum nächsten mal dann schon mal das war es gibt dass du gerade so